Ihr Name war April Wheeler und bereits bei ihrem ersten Erscheinen auf der Bühne ging ein gerauntes Wunderschön durch die Zuschauer rein. Ein wenig später stupste man sich hoffnungsvoll an und flüsterte, es ist wirklich gut. Einige, die zufällig wussten, dass sie keine zehn Jahre zuvor eine der führenden Schauspielschulen New Yorks besucht hatte, nickten in gebührendem Stolz. Sie war 29, eine hochgewachsene, aschblonde Frau, deren aristokratische Schönheit auch durch die amateurhafteste Beleuchtung nicht beeinträchtigt werden konnte. Für ihren Part war sie ganz offensichtlich die Idealbesetzung. Selbst dass sie um die Hüften und Schenkel eine Spur zu füllig war, weil sie zwei Kinder zur Welt gebracht hatte, spielte keine Rolle, denn sie bewegte sich mit der sinnlichen Anmut der Jungfräulichkeit. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich am ganzen Leib Funken sprühen, sagte sie gerade, und dann möchte ich raus und was Verrücktes tun, was Wunderbares. Die übrigen Schauspieler, die hinter den Kulissen kauerten und zuhörten, bewunderten sie plötzlich, oder zumindest waren sie bereit, sie zu bewundern. Selbst diejenigen, die ihr bei den Proben gelegentlich ihre mangelnde Bescheidenheit übel genommen hatten, auf einmal war sie ihre einzige Hoffnung. Der Hauptdarsteller war morgen an Darmgrippe erkrankt. Mit hohem Fieber war er im Theater erschienen, hatte behauptet, er fühle sich gut genug, um zu spielen, hatte sich dann aber fünf Minuten vor der Vorstellung in seiner Garderobe erbrochen. Dem Regisseur war nichts weiter übrig geblieben, als ihn nach Hause zu schicken und die Rolle selbst zu übernehmen. Alles geschah so rasch, dass niemand mehr auf den Gedanken kam, vor die Bühne zu treten und den Ersatzmann anzukündigen. Ein paar Nebendarsteller erfuhren davon sogar erst, als sie die Stimme des Regisseurs auf der Bühne den vertrauten Text sprechen hörten, den sie vom anderen Schauspieler zu hören erwarteten. Der Regisseur gab sich alle erdenkliche Mühe und verlieh jeder Textseile einen fast professionellen Schliff, doch es ließ sich nicht leugnen, dass er, gedrungen, nahezu kahlköpfig und schier blind, ohne seine Brille, die er auf der Bühne nicht tragen wollte, vom Äußeren her für die Rolle des Alan Square überhaupt nicht geeignet war. Bereits sein erster Auftritt hatte dafür gesorgt, dass die Mitspieler einander ins Wort fielen und vergaßen, wo sie zu stehen hatten und nun, im ersten Akt, mitten in seinem bedeutenden Monolog über die Nutzlosigkeit seines Daseins, ja, Verstand ohne Sinn, Lärm ohne Geräusch, Gestalt ohne Gehalt, stieß er beim Gestikulieren mit der Hand ein Glas Wasser um, dessen Inhalt sich über den Tisch ergoss. Er versuchte, die Sache mit einem Kichern und einer Reihe improvisierter Zeilen zu überspielen. Seht ihr, so nutzlos bin ich, dann will ich mal beim Aufwischen helfen. Doch der Rest der Textstelle war ruiniert. Der Virus des Scheiterns, der die ganzen Wochen über geschlummert hatte, war nun schlagartig aktiv geworden und hatte sich von dem hilflos sich erbrechenden Mann aus verbreitet, bis alle Mitspieler infiziert waren. Außer April Wheeler. Hättest du was dagegen, dass ich dich liebe? sagte sie gerade. Nein, Gabriel, sagte der Regisseur vor Schweiß glänzend. Da hätte ich bestimmt nichts dagegen. Findest du mich attraktiv? Der Regisseur begann mit dem Bein unter dem Tisch auf- und abzuwippen. Es gibt bessere Ausdrücke, um dich zu beschreiben. Wieso fangen wir dann nicht wenigstens mal damit an? Sie war nun ganz auf sich alleine gestellt und wurde mit jeder Textzeile sichtlich schwächer. Vor dem Ende des ersten Akts merkten nicht nur die Players, sondern auch die Zuschauer, dass sie ihre Rolle nicht mehr im Griff hatte. Und bald waren alle peinlich berührt. Mittlerweile bewegte sie sich abwechselnd zwischen unechten Bühnengebärden und furchtsamer Reglosigkeit. Sie zog verkrampft die Schultern ein und trotz der dicken Schminke war zu erkennen, dass ihr die Schamröte in Hals und Gesicht stieg.